so und herzlich willkommen zu einem neuen orakel auf meinem kanal heute das spiel bayern münchen gegen frankfurt ja und ich denke man wir starten direkt mal und so erste halbzeit die ersten 20 minuten beginnen jetzt mal gespannt hier haben wir leverkusen mit henrichs dann haben wir wollen es von hamburg hier kriegore stand von augsburg dann kaminski von stuttgart und wo von freiburg somit steht noch 1 zu 0 schauen wir mal was die nächsten 25 minuten bringen hier haben wir zwar das club logo aber das nehme ich leider nicht das zählt nicht aber ich lege es mal hier so hin frankfurt dann haben wir hier vogt von hoffenheim lecky von berlin stuttgart club logo und kalituri von schalke somit ist die erste halbzeit vorüber und wir fangen direkt mit der zweiten halbzeit an und start und da haben wir schon das 1 zu 0 für bayern münchen durch hummels dann haben wir hier mag badra von dortmund juic von köln dann kämpft von freiburg und zieler von stuttgart somit steht es nach 65 minuten 1 zu 0 für bayern münchen so hier haben wir das union club logo dann hier von augsburg dann muto von mainz füllgrock von hannover und hermann von glattbach somit geht das orakel bayern gegen frankfurt 1 zu 0 aus und ende so ich hoffe es hat euch gefallen bis zum nächsten mal euer stümmi und 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 und